So, hallo zusammen. Wir besprechen heute mal eine Aufgabe, die ich mir überlegt habe im Bereich Teilbarkeit. Und zwar starten wir mal bei folgender Überlegung. Wann ist eine Zahl durch 6 teilbar? Na, schreibe ich anders auf. Also erstmal die Frage an euch. Wann ist eine Zahl durch 6 teilbar? Wir kennen einen Haufen Teilbarkeitsregeln. Durch 3, durch 9, Quersummenregeln, oder durch 2 und 4. Da muss man eben die Endstellen irgendwie anschauen. Ah ja, Krim, wenn sie durch 2 und durch 3 teilbar ist. Sehr gut. Wenn eine Zahl durch 2 und durch 3 teilbar ist, dann ist sie auch durch 6 teilbar. Okay, wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist und durch 3 teilbar, dann ist sie auch durch 6 teilbar. Ich möchte mal eine andere Schreibweise mit euch einführen, weil wir die brauchen, damit es einfach ein bisschen kürzer wird. Das ist ein ziemlich langer Satz. Also nehmen wir mal die Zahl x. Wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist, andersrum gesprochen, die Zahl 2 teilt die Zahl x. Das kann man so schreiben. 2 teilt x. Wenn also die Zahl 2 die Zahl x teilt, und ich schreibe das jetzt hier mal aus, und die Zahl 3 teilt die Zahl x, dann teilt auch die Zahl 6 die Zahl x. Okay, also wenn 2 ein Teiler der Zahl x ist und wenn 3 ein Teiler der Zahl x ist, dann ist auch 6 ein Teiler der Zahl x. Beispiel. Nehmen wir mal die 48. Ist die Zahl durch 6 teilbar? Kommt, Chat, ist die Zahl 48 durch 6 teilbar? Ping Schniffi schreibt ja. Warum? Also natürlich wissen wir, dass das ein Vielfaches von 6 ist, aber man mit diesen Regeln hier begründet. Hatten wir gerade wusste, 1 kleiner als 49. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, ist durch 6 teilbar, genau. Mit der Regel hier begründet mal, schnell, kommt. Quersumme ist 12 und sie ist gerade, genau. Also sie ist gerade, sie ist durch 2 teilbar. Also auf der einen Seite 2 mal 24 ist gleich 48. Also 2 teilt die 48. Und auf der anderen Seite, die Quersumme ist 12. 4 plus 8 ist 12. Das heißt, die Zahl ist durch 3 teilbar. 3 mal 16 ist gleich 48. Also die 3 teilt auch die 48. So, die 2 teilt die 48. Die 3 teilt die 48. Und daraus kann man auch schließen, die 6 teilt die 48. Also wenn ich wissen will, ist eine Zahl durch 6 teilbar, muss ich gucken, ist sie durch 2 teilbar. Ja. Ist sie durch 3 teilbar. Ja. Wenn beides zutrifft, ist sie durch 6 teilbar. Wenn nur eins von beidem oder keins zutrifft, ist sie nicht durch 6 teilbar. Okay. Das war nur ein Beispiel. Das mache ich mal gerade weg. Ich möchte jetzt mal auf folgende Frage hinaus. Wieso geht denn das Ding nicht weg? Also, okay. Ich möchte mal auf folgende Frage hinaus. Ist das immer so, dass ich die Teilbarkeit einer Zahl zurückführen kann auf die Teilbarkeit von Teilern der Zahl? Oder durch die Teilbarkeit durch Teiler der Zahl? Ist das immer so, dass ich, wenn ich sagen kann, wenn eine Zahl A eine Zahl x teilt und eine Zahl B eine Zahl x teilt, das wäre ja einfach, ne? Das wäre ja einfach. Ringeli Ding Dong. Was meinst du mit, was wir vorhin gemacht haben? Wann haben wir das gemacht? Nur mal genauer beschreiben vielleicht. Ist das immer so, wenn ich eine Zahl, wenn eine Zahl durch A teilbar ist? Und durch B ist dann auch immer durch A mal B teilbar? Mit dem Diagramm? Achso, weil du meinst, wenn wir in zwei Dimensionen gegangen sind? Naja. Da sind wir ja von den Primfaktorzerlegungen ausgegangen. Hier hat es nicht unbedingt was mit Primfaktoren zu tun, ne? A und B können irgendwelche Zahlen sein, müssen keine Primzahlen oder so sein. Ah, A war 2 und B war 11, 22 war auch Teiler. Ja, okay, gucken wir mal, ne? Also machen wir ein paar Beispiele vielleicht. Die 2 teilt die 44 und die 11 teilt die 44. Daraus folgt auch 2 mal 11, also 22 teilt die 44. Stimmt, ne? 2 teilt 44, 11 teilt 44, also 2 mal 11 teilt auch die 44. Stimmt schon. Der Kaffeeliebhaber hat schon eine Idee mit dem GGT. Behalt diese Idee mal im Hinterkopf. Gucken mal, hat noch jemand andere Beispiele? Wir wollen hier ja eine allgemeine Aussage gelten für alle A, B und X, ne? Wenn A X teilt und B X teilt, teilt dann auch A mal B X. Also entweder, wir können uns ein paar Beispiele suchen, wir können uns aber auch mal auf die Suche nach einem Gegenbeispiel machen. Findet jemand ein Gegenbeispiel? So, dass das nicht gilt da oben. Sucht mal Gegenbeispiele. Wenn man ein Gegenbeispiel findet, also eine Kombination, wo eine Zahl durch A teilbar ist und durch B teilbar, aber nicht durch A mal B. Dann hätte man ja schon ein Gegenbeispiel gefunden und dann ist diese Regel, dann gibt es die Regel nicht, ne? Dass sie widerlegt. Findet jemand ein Gegenbeispiel? Los geht's. Macht euch mal auf die Suche nach Gegenbeispielen. Vielleicht 2 Teil 20 und 4 Teil 20. Ähm, hm. Also was genau meinst du, wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist und durch 4 teilbar und so? Versuch es mal so zu formulieren. Die Regel, was wäre die Regel? Versuch es mal so zu sagen, wenn eine Zahl durch, wenn eine Zahl durch, oder so wie ich es hier hingeschrieben habe, ne? Also, wir haben ja gerade ein Beispiel gefunden, ich schreibe das Beispiel gleich nochmal anders auf. Das Beispiel war 2 teilt x und 11 teilt x, dann teilt auch 22x richtig. Das ist ein richtig, das ist ein richtig, das ist kein Gegenbeispiel. Ich zeige euch nochmal ein Beispiel. 9 teilt x und 5 teilt x, dann gilt auch 9 mal 5. 45 teilt x, dann gilt auch, behaupte ich jetzt, weiß ich, gilt. Ah, hier, guck mal. Mal, Merki hat was gefunden. Merki sagt, 3 teilt x und 6 teilt x, dann teilt auch, oh, das ist glaube ich anders geschrieben. Aber nehmen wir das mal, 3 teilt x und 6 teilt x, dann teilt auch 18x. Ist das der Fall? Gilt das? Nehmen wir das mal als Beispiel. Die Zahl 3 teilt x und die Zahl 6 teilt x, teilt dann auch die 18, die Zahl x. Oder findet jemand eine, was brauchen wir jetzt, um zu sagen, dass das da nicht stimmt? Wir brauchen eine Zahl, die durch 3 teilbar ist und durch 6 teilbar, aber nicht durch 18. Hat jemand ein Beispiel? Eine Beispielzahl? Die zeigt, dass diese Regel hier nicht gilt. Der Kaffee-Liebhaber, wir könnten für x 6 setzen und hätten ein Gegenbeispiel, sehr gut. Oder 12, sehr gut, Pink-Schniffy-Christomatie, genau. 3 teilt 12 und 6 teilt 12, aber nicht 18. Also das gilt nicht. Oder nehmen wir einfach nur die 6. 3 teilt 6 und 6 teilt 6, aber nicht die 18. Genau. Also hier haben wir schon ein Gegenbeispiel gefunden. So, also manchmal, und wir haben noch oben auch noch ein anderes Beispiel. CVP hatte auch noch ein Beispiel, oder ein Gegenbeispiel, und zwar als Regel 5 teilt x und 90 teilt x. Also müsste ja auch 450 teilt x gelten, 5 mal 90. Na? 5 mal 90. Aber, da hat er schon das Gegenbeispiel genannt, 180. 180 ist durch 5 teilbar, 180 ist durch 90 teilbar, aber nicht durch 450. Okay, also das stimmt offensichtlich auch nicht. So, und jetzt, es wäre so schön, wenn diese Regel gelten würde. Wenn eine Zahl durch a teilbar ist und durch b, dann ist sie auch durch a mal b teilbar. Sie gilt aber offensichtlich nicht, weil wir schon Gegenbeispiele gefunden haben. Jetzt wäre es schön, zumindest, aber es gibt auch Fälle, in denen sie gilt. Es gibt Fälle, in denen sie gilt, und es gibt Fälle, in denen sie nicht gilt. Jetzt wäre es schön rauszufinden, in welchen Fällen gilt sie. Wir müssen noch eine zusätzliche Bedingung hinzufügen, sodass wir wissen, wenn die Bedingung gilt, dann gilt auch diese Regel. Ron W, gilt das nur bei Primzahlen? Ah, wenn a und b Primzahlen sind. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Ich sage mal, ja, sie gilt bei Primzahlen, sie gilt aber auch noch in weiteren Fällen. Sie gilt noch in weiteren Fällen. Schauen wir mal. Wir haben hier den ersten Fall, das erste Beispiel, das wir gewählt hatten. Das hier. Da haben wir zwei Primzahlen, 2 und 11. Und da gilt das auch tatsächlich. Wir haben noch ein weiteres Beispiel, 9 und 5, und da gilt das auch. Die 9 ist aber keine Primzahl. x muss größer sein als a und b, größer oder gleich, schreibt, sagt Crestomatie. Also du willst eine Eigenschaft von x dazu haben. Leider ist das auch nicht der Fall. Wir könnten uns mal dieses Beispiel anschauen. 3 und 6, 18, okay. Wenn x gleich 24 ist. x ist 24. 24 ist durch 3 teilbar, 24 ist 6 teilbar, aber nicht durch 18. 24 war größer als a mal b. Und sie hat auch nicht. Genau, nur Primzahlen reicht nicht. Welche Eigenschaften müssen a und b erfüllen? Wer sieht's? Hat jemand eine Idee? Ah, ist nicht so einfach, ne? Hat jemand eine Vermutung? Der Kaffee-Liebhaber. Vielleicht die Teilerfremdheit der Zahlen a und b. Bingo. Bingo. Die Zahlen a und b müssen teilerfremd sein. Was bedeutet teilerfremd? Bingo. Schreibt mal in den Chat, was bedeutet teilerfremd? Weiß es jemand? Hier wird vermutet, a darf kein Teiler von b sein. Nee. Das ist noch viel, viel strenger. Sie dürfen sich nicht gegenseitig teilen können. Nein, ist nicht der Fall. Teilerfremdheit bedeutet, der größte gemeinsame Teiler von a und b ist 1. Genau. Sie haben keinen gemeinsamen Teiler. Außer die 1. Die 1 ist der Teiler von jeder Zahl, ne? A und b, schreib es mal hier hin in grün, a und b teilerfremd. Genau dann, wenn gilt, der größte gemeinsame Teiler von a und b ist gleich 1. Das bedeutet letzten Endes, es gibt nur einen einzigen gemeinsamen Teiler, nämlich die 1. In dem trivialen Fall. Also a und b sind teilerfremd. Das ist die Voraussetzung, dass die Regel gilt, dass man die Regel anwenden kann. Schauen wir mal. 2 und 3, ne? Hier oben, in unserem ersten Fall. 2 und 3. Die 2 und die 3 sind teilerfremd. Der größte gemeinsame Teiler von 2 und 3 ist 1. Die haben keine gemeinsamen Teiler außer die 1. Weil 2 und 3 teilerfremd sind, kann man sagen, wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist und eine Zahl durch 3, dann ist sie auch durch 2 mal 3 teilbar. Genauso hier. 2 und 11 sind teilerfremd. Haben keinen gemeinsamen Teiler außer die 1. Wenn eine Zahl durch 2 teilbar ist und durch 11 teilbar, dann ist sie auch durch 2 mal 11 teilbar. Genauso bei der 9 und bei der 5. 9 und 5 sind teilerfremd. 45. Also wenn eine Zahl durch 9 teilbar ist und durch 5. Da steht nicht Tierfreund, sondern teilerfremd. Okay, vielleicht sollte ich ein bisschen deutlicher schreiben. Sorry. Also wenn eine Zahl durch 9 teilbar ist und durch 5 teilbar ist, auch durch 5, 40 teilbar, weil 9 und 5 teilerfremd sind. So, und jetzt kommt's. 3 und 6. Sind 3 und 6 teilerfremd? Ja. Nee. Die haben einen gemeinsamen Teiler, nämlich. Oh, nicht die 2. Christomatie. Fast knapp vorbei. 3 und 6 haben welche gemeinsamen Teiler? Die 1 sowieso und? Die 3. Genau. Krompere Kichele. Kichelche. 3. Genau, die 3. Ja, vertippt genau. Die 3. Also sind nicht teilerfremd und die Regel gilt nicht. Genauso bei 95. 95 sind auch nicht teilerfremd, weil die 9 durch 50 teilbar ist. Der größte gemeinsame Teiler von 95 ist die 5. Also gilt die Regel nicht. Warum ist das so? Ich nehme nochmal ein anderes Beispiel. Ein Beispiel, über dem es nicht gilt. Nehmen wir mal, kurz nachdenken, die 12. Und die 18. 12 teilt x und 18 teilt x. Na, die 12 und 18 sind ja ganz offensichtlich nicht teilerfremd. Okay, aber wir behaupten jetzt mal, die 12 teilt x und die 18 teilt x. Dann teilt auch, welche Zahl? Was würde die Regel, angenommen sie würde gelten, was würde die bedeuten? 12 mal 18 teilt dann auch x. Was ist 12 mal 18? Wer weiß es? Kurz in den Chat reinschreiben. Kommt. 12 mal 18. 216. Genau, 216 teilt x. Was heißt gdw? Genau dann, wenn. Also a und b sind teilerfremd. Genau dann, wenn der größte gemeinsame Teiler von a und b gleich 1 ist. So formuliert man Definitionen oft in der Mathematik. Wenn man einen neuen Begriff einführt, weil alle a, b aus natürlichen Zahlen gilt, a und b sind teilerfremd. Genau dann, wenn. Was gilt? Der größte gemeinsame Teiler von a und b ist 1. So, jetzt sehen wir hier. 12 teilt x und 18 teilt x. 216 teilt x wäre die Folgerung. Aber die Regel gilt nicht, weil 12 und 18 nicht teilerfremd sind. Ja, ich muss mal kurz ein bisschen was wegquischen, weil ich habe hier unten keinen Platz mehr. Das ist da oben mal weg hier. Haben wir da oben noch ein bisschen Platz, um uns zu überlegen, was hier das Problem ist. Das ist da oben noch ein bisschen Platz. Isoldur. Minifrage. Bei 2 teilt x oder 11 teilt x, muss x aber immer noch mindestens 22 sein, damit auch 22 gegeben ist, oder? Dass x mindestens a mal b sein muss. Ja, das ist eine Zusatzbedingung, die folgt aber automatisch. Wenn 2x teilt und 11x teilt und 2 und 11 sind teilerfremd, dann ist die kleinstmögliche Zahl, die diese Bedingung überhaupt erfüllen kann, ja 2 mal 11. Das führt jetzt genau auf das Problem hier. Also wir haben ja, warum gilt diese Regel nicht in diesem Fall? Ach, pass mal auf, genau, schreiben wir es mal so hin. Da sehen wir nochmal, 2 teilt x und 11 teilt x, dann teilt auch 22x. Und Isoldur hat richtig festgestellt gerade, dass ja dann auch x mindestens 22 sein muss. Das stimmt natürlich, genau. Jetzt hier bei 12 teilt x und 18 teilt x, die Folgerung 2 hoch 16 teilt x, die ist falsch. Haben wir festgestellt, ne? Machen wir das vielleicht nochmal farbig. Also das hier ist richtig und das ist falsch. So, haben wir noch ein bisschen Platz geschafft. Okay, warum gilt die Regel in dem einen Fall und im anderen nicht? Und Isoldur hat gerade gesagt, bei 2 teilt x und 11 teilt x, x muss mindestens 22 sein. Genau, also mindestens so groß wie das kleinste gemeinsame Vielfache von 2 und 11, nämlich 22. Wie bei der unteren Regel, die nicht gilt. Warum gilt die nicht? Wie kann man jetzt ein sehr einfaches Gegenbeispiel finden? Muss man da irgendwo bei Zahlen suchen, die größer sind als 216? Oder hat jemand ein einfacheres Gegenbeispiel? Welche Zahl wird von 12 geteilt und von 18 geteilt? Aber nicht von 216, die 72. Sehr gut, die 72. Gibt es noch einen kleineren? Der Kaffeeliebhaber 36. Sehr schön, genau, 36. 36 ist die kleinste Zahl, die sowohl von 12 geteilt wird, als auch von 18, aber nicht von 216. Was ist 36 für eine Zahl in dem Kontext hier? Naja, 36 ist das kleinste gemeinsame Vielfachen von 12 und 18. KGV von 12 und 18 ist gleich 36. Diese Zahl erfüllt ja offensichtlich Bedingungen, dass sie durch 12 und durch 18 teilbar ist, weil es das kleinste gemeinsame Vielfache von beiden Zahlen ist. Die ist aber kleiner als das Produkt der beiden Zahlen. Wir brauchen also eine Situation, bei der das Produkt der beiden Zahlen dasselbe ist wie das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Zahlen. Also wir brauchen eine Situation, in der A mal B gleich das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B ist. Und das ist nur dann der Fall, wenn der größte gemeinsame Teiler von A und B gleich 1 ist. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn der GGT nicht gleich 1 ist, dann ist das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B nicht gleich A mal B, nicht gleich dem Produkt. Warum? Das kann man sich überlegen mit der Primfaktorzerlegung. Nehmen wir mal die 12. Die 12, ich brauche wieder ein bisschen mehr Platz hier. Also. Die 12 ist gleich 2 mal 2 mal 3. Die 18 ist gleich 2 mal 3 mal 3. So. Das möchte ich ein bisschen festhalten hier, damit es hält. Genau. Das sind die Primfaktorzerlegungen. 12 ist 2 mal 2 mal 3. 18 ist 2 mal 3 mal 3. Wenn ich jetzt das kleinste gemeinsame Vielfache. Ich muss ein bisschen hier drunter schreiben, aber das hält jetzt gerade nicht hier super. Das kleinste gemeinsame Vielfache. Oh Mann. Ich schreibe es drüber. Das kleinste gemeinsame Vielfache von 12 und 18 haben will. Was muss ich hier miteinander multiplizieren? Genau. Admiral Wurst hat auch schon das Gesetz hingeschrieben. Nächste Woche beschäftigen wir uns eigentlich erst mit GGT und KGV. Deswegen greift er schon ein bisschen voraus. Aber man kann sich ja schon mal überlegen. Wenn ich das kleinste gemeinsame Vielfache von 12 und 18 rechnen will. Ich kenne die Primfaktorzerlegungen der beiden Zahlen, die unten drunter stehen. Was mache ich jetzt hier? Man sieht ja, das hat einen überlappenden Bereich. Ich habe das ja extra so hingeschrieben. Die haben einen überlappenden Bereich. Was muss ich machen? Hinten muss 36 rauskommen. Das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Zahlen. Das kleinste gemeinsame Vielfache der beiden Zahlen. Okay, ich verrate aber die Zeit ist gleich oben. Ja, ich schreibe einfach das Ganze jetzt hier von unten nach oben so ab. Hier ist eine 2, da ist eine 2, da ist eine 3, da ist eine 3, 2 mal 2 mal 3 mal 3, 36. Hier habe ich einen überlappenden Bereich. Da kommen Primfaktoren in beiden Zahlen vor. Die nehme ich aber jeweils nur einmal mit nach oben, um das kleinste gemeinsame Vielfache zu bilden. Und wenn es so einen Überlappungsbereich gibt bei der Primfaktorzerlegung, und ich nehme jeweils beim Überlappungsbereich nur einen der beiden mit nach oben in die Berechnung des KGV, dann habe ich ja Primfaktoren, wenn ich jetzt 12 mal 18 nehmen würde, unter den Tisch fallen lassen. Also muss das KGV, was rauskommt, kleiner sein als das Produkt von A mal B. Dann habe ich eine Zahl, die kleiner ist als A mal B, aber durch A und B teilbar ist. Und was habe ich hier überhaupt? Der Überlappungsbereich, was ist das? Das ist der GGT der beiden Zahlen. Da kommt nämlich, wenn ich da jetzt 2 mal 3 rechne, kommt 6 raus. 2 mal 3, 6 ist der GGT. Das heißt, der größte gemeinsame Teil der beiden Zahlen ist nicht 1, sondern ist größer. Das heißt, wenn der GGT größer ist als 1, wenn die beiden Zahlen nicht teilerfremd sind, dann gibt es so einen Überlappungsbereich in der Primfaktorzerlegung, der sich dahingehend auswirkt, dass das KGV der beiden Zahlen kleiner ist als das Produkt. Und wenn das der Fall ist, kann die Regel nicht gelten. Anders gesagt, wenn der GGT gleich 1 ist, dann gibt es keinen Überlappungsbereich bei der Primfaktorzerlegung. Und wenn ich dann das KGV bilde, dann ist das kleinste gemeinsame Vielfache gleich dem Produkt von A und B. Und deswegen gilt in diesen Fällen die Regel. Also, die Regel, wenn die beiden Zahlen A und B teilerfremd sind, keinen größten gemeinsamen Teiler haben. Quatsch. Wenn der größte gemeinsame Teiler der beiden Zahlen 1 ist. Wenn sie teilerfremd sind, die haben keinen größeren gemeinsamen Teiler als die 1. Dann ist das kleinste gemeinsame Vielfache von A und B A mal B. Und dann gilt auch die Regel hier. Wenn A x teilt und B x teilt, dann teilt auch A mal B x. Okay. Habt ihr dazu noch Fragen? Falls ja, dann könnt ihr, oder kommen noch Fragen danach, die natürlich auch in YouTube stellen. Wir stellen das Video auf YouTube, könnt ihr auch drunter schreiben. Oder in unserer Discord-Community, falls ihr Lust habt, dort die Fragen zu stellen. Studis können sie auch in Moodle stellen, im Moodle-Forum. Aber auch in der Discord-Community. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auf YouTube, in den Kommentaren oder in Discord auch dieses Thema weiter besprechen, Fragen stellen, diskutieren. Vielleicht habt ihr noch was nicht verstanden. Scheut euch nicht Fragen zu stellen. Das ist überhaupt nicht schlimm, ne? Wenn ihr eine Frage habt, ist doch besser, ihr stellt sie. Und diskutiert es mit den anderen und klärt die Frage. Ja, und dann habt ihr die Antwort. So einfach ist die Welt. Okay.